und herzlich willkommen zurück bei der muni beim neuen gewissen runde protoss gegen terraro mit dem und mit mir auf 16 bitter die letzte pleite hat man ja auch gegen terraro und gäste einfach schlecht gespielt aber wie gesagt ich habe eine ganze weile wieder nicht gespielt und jetzt wieder einzufüchsen spielen und ja ich halte nicht ganz so einfach ganze weile nicht gespielt aber so keine ausrede sein wir trainieren wir üben ihr guckt zu passt ich weiß gar nicht wie weit der rob mit seinen terranern ist das ist eine neue große rasse sollte soll ich auf die wahl gucken die videos nicht okay sage ich mal dafür dass nicht so oft terraner spielt aber wir konzentrieren uns jetzt wieder auf unser bild weil das mit dem müssen wir auf jeden fall üben also ich spielte theoretisch noch nicht direkten bild also es ist einfach nur so ein bisschen just the panzer zeit das nächste pilon wir haben noch keinen wir haben noch keinen keine ist nicht gut das ist gar nicht gut das ist ganz ganz mies kommt dann wahrscheinlich gleich mit einer hidden oder hat die andere hier irgendwo hingestellt das kann ich nicht vorstellen oder eine echte gesetzt und truppen ja das bringt hat nicht stalker 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 auch nehmt bestimmt ein reaper all in da ist es fuck tja muss man halt verteidigen so gut wie es geht mit sonden die erstgeborenen werden so pylonen haben eine sonde verloren das passt schon für den ruhm eure sonden werden angegriffen die erstgeborenen werden auf siegen was wünscht ihr na aber die mal weiter die schlacht wir dienen mit stolz das ist blöd was er da macht gebt uns einen auftrag mich jetzt aber auch null da kommen sie wieder ich würde sagen das ist schon vorbei oh das ist schon so gut wie durch das ist schon so gut da sind schon zwei hoho er zwei hoho er zwei a liberator Und die Dinger. Das ist aber auch eine Scheißposition für den, ey. Ohne Scheiß. Das Problem ist, ich habe vergessen, Wobgate abzugraden. Shitty. Da hat er die. Och, Mann. Echt jetzt? Die haben auch so einen Scheiß-DPS. Der ist viel zu hart, finde ich. So, jetzt sterben sie aber schnell. Ach. Ach. Das ist aber auch ein Mist, ey, mit den Terranern. Ich bin hier. Nicht genügend Energie. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall weit hinten. Ich habe keine Ex. Ich habe nichts gegen diesen Kack. Nein. Hier. Hier habt nicht gelüsen Mineralien. Kal, ich bin der Skam. Nein. Was ist noch übertreiben? Wir sind endlich. Ich bin. Das hat ja gar nicht gekrafft, kann das sein? Das hat ja gar nicht gekrafft, kann das sein? Das hat ja gar nicht gekrafft, kann das sein? Also ob wir das noch drehen können, das glaube ich nicht, aber er schützt, er rettet nicht mal sein Zeug, also ohne Scheiß. Das hat ja gar nicht gekrafft, kann das sein? Das hat ja gar nicht gekrafft, kann das sein? Das hat ja gar nicht gekrafft, kann das sein? Das hat ja gar nicht gekrafft, kann das sein? Das hat ja gar nicht gekrafft, kann das sein? Das hat ja gar nicht gekrafft, kann das sein? Das ist ja gar nicht gekrafft, kann das sein? Das ist ja gar nicht gekrafft, kann das sein? Ihr habt nicht genügend Mineralien! Verwendet mich! Ich will gleich hier mich komplett facerollen wahrscheinlich. Ihr benötigt mehr Vespinggas. Orange Chisal, Entaro! Oh, das ist prima. Das ist sehr prima. Das war schön. Da ist man arm arm arm. Nur aufpassen, dass wir nicht selber da gecreepert werden. Genau deswegen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier in den Schatten. 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 Oh, der Liberator. Ist natürlich schneller als Stalker. Ganz wie ihr wünscht. Im Namen der Hache. Ach, hätte mein Wuppers nicht erwischt. Ich hätte es noch ein bisschen harassen können. Die ist die Leere. Hier bleibt nicht verbauten. Nun gut. Da habe ich keine Chance mehr. Na egal, GG würde ich sagen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir wieder vom Terraner easy an auf die Klatsche kriegen. Das kann doch nicht sein, ey. Hier, Ressourcen, Bub. Na egal, dann bis dahin, tschüss. So, das war es wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti-Bären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Mutti-Bär. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.